Willkommen zum Video und ja in diesem Video spiele ich mal nicht FIFA sondern mit einem Kollege Rocket League das ist Autofußball ja ich habe es einfach aufgenommen ohne also drauf vorbereiten einfach drauf los gespielt sozusagen den Freund den Kollegen hört man leider nicht aber im nächsten Video wird man ihn hören wenn ihr noch ein Video sehen wollt von sowas könnt ihr dann Bescheid sagen wenn ja dann machen wir auf jeden Fall noch ein Video dass man ihn dann auch hört man hört leider nur mich und ja ist natürlich dann ein bisschen dumm aber ich hoffe das Video gefällt euch wenn ja sagt ihr Bescheid da kommen noch mehr solche Videos ja FIFA ist ein bisschen ausgelutscht darum hatten wir jetzt mal richtig Bock das zu spielen und ja dann sehen wir uns beim nächsten Video haut da rein und tschüss ich hoffe es gefällt euch okay ich bin defensiv am Anfang okay aber das scheint jetzt chillig aber ich habe es ja Alter Scheiße das war schlecht für mich boah, ich hätte springen sollen geh du, geh du ich sammle nur wieder was ein ich glaube, die sind richtig gut ich habe keinen boost mehr oh man, wir kriegen die Ball nicht raus jetzt aber, ich start Mitte, geh Mitte egal, wer in der Defensive hab ich, hab ich ah, du hast zu spät gesagt, man da war ich nein richtig schlecht so richtig schlecht für mich sorry aber sag früher, nächstes Mal wir haben uns gegenseitig gerammt guck, jetzt rammen wir uns gegenseitig richtig dumm und jetzt wollte ich ihn rückwärts noch klären aber dann kommt er scheiße, Mann ich geh oh Junge jawoll, du hast frei, Mann ich hab, ich hab gelegt machen wir safe rein Digga das Tor ist frei jawoll, Alter wir sind so schlecht die waren beide bei uns an anderer Seite wir haben du auf der Forst und guck, was ich mache und guck jetzt, wer wäre daneben scheiße oh Mann egal, 2-1 passt kriegen wir ich geh ich geh drauf ich hab keinen Boost Alter, wie hoch so viel schade mache ich stehe rückwärts egal, ich bin defensiv nein, verfehlt jetzt können sie safe machen stark nein alter, ich hab voll die Orientierung verloren wow ja tüger, er zerstört mein Auto er zerstört einfach mein Auto er wird nach hinten gespawnt aber sie sind nicht schlecht muss man sagen sie sind nicht gut ey ich spring schon wieder daneben warum bin ich nicht so schlecht er wird so griev ich... ich... ich muss hoch oh, sag wenn du draufgehst nein aber es war schlecht von mir ich hätte mich einfach drehen sollen aber du musst sagen ich hoffe es war ein wollte ich schießen also dann bist du vollem weg egal 3 1 1 40 noch die du geh du drauf ach so jaja ok mach ihn jawohl 2 3 2 komm schön aber jetzt bist du drauf komm das schaffen wir noch ausgleich auf jeden fall geht du drauf eine minute kommen aber wir müssen nach vorne mann stark denn komm ja 3 3 stark läuft doch jetzt komme ich mit rückraum geh weg nein aber wenn der reingeht scheiße rückraum zurück meine ich jetzt wird schwer jetzt wird schwer ok daneben er hat auch daneben die du wie du aber du musst sagen wenn du drauf gehst ja wie du komm ich rückraum ich habe auf rückraum spekuliert oder oder jetzt mal schalte sie durch ja nachspielzeit golden gold jetzt ich gehe ja ok die drauf geh du geh du woa weg damit woa sagen wir einfach immer du gehst am anfang es sei denn ich stehe vor dir weil sonst immer müssen wir gerade sagen dann kommt das wie gerade egal egal weg ich bin nein ich verfehl scheiße ich auch nicht ja mach ihn so rein nein shit wie ich das ist Vielen Dank.